Was ist besser als eine kleine Drechselmaschine? Eine große Drechselmaschine! Hi und willkommen beim DIY Place, dem Platz für alle Selbstgemachte. Mein Name ist Klaus. Ich habe wirklich lange nach einer passenden Drechselmaschine für mich gesucht. Auf meiner Wunschliste standen doch schon ein paar Wünsche, die meine neue Maschine unbedingt erfüllen muss. Gewohnt war ich bisher nur diese kleine Maschine von Parkside. Ich will die Maschine jetzt aber auch wirklich nicht schlecht reden, denn sie ist toll, aber als Anfängermaschine. Ich habe mir dieses Ding vor ein paar Jahren geholt, war meine erste Drechselmaschine. Ich wollte einfach nur ein paar Griffstücke aus Restholz ausarbeiten. Und habe dabei gemerkt, dass mir Drechseln an sich sehr großen Spaß macht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe danach ganz klassisch mit dem Drechseln von Schalen weitergemacht. Und wollte auch mal etwas Größeres drechseln. Aus diesem fetten Holzstück sollte eine Vase werden. Hier kann man die groben Umrisse schon mal erkennen. Doch ich bin beim Arbeiten von der Vase mit dieser Maschine an die Grenzen gekommen. Und zudem nervt es ungemein, dass die Drehzahl von der Maschine sofort in die Knie geht, wenn man bei etwas Wuchtigerem eben das Werkzeug ansetzt und drechseln will. Was sich bei kleineren Sachen, wie zum Beispiel einer Flasche, einem Griffstück oder einem kleinen Griffstück praktisch gar nicht so sehr bemerkbar macht, ist halt eben bei größeren, wuchtigen Sachen doch schon ein ziemliches Problem. Also weg mit der Parkside-Maschine, eine neue Maschine muss her. Das ist die Holstar DB900. Die Maschine hat 550 Watt Leistung, eben genau wie die Parkside-Maschine. Aber wir haben hier einen wesentlich fetteren Motor mit einer anderen Übersetzung zur Verfügung. Und wenn der erstmal läuft, dann hält man ihn mit einem einfachen Drechselwerkzeug nicht so schnell an. Und dann, ja, eben wie bei der Parkside. Auf meiner Wunschliste für die Maschine stand, dass sie eben einen ordentlichen Motor haben muss. Ist in dem Fall erfüllt. Also, check. Ich brauche eine Spannweite über halb von 70 cm. Die Maschine hat 90 cm. Die Maschine muss drehbar sein, damit ich auch größere Sachen drechseln kann. Das ist hier auch gegeben. Ich kann die Maschine um 90 Grad einfach schwenken und dadurch dann eben größere Sachen wie Schalen, Teller etc. einspannen. Und das Maschinenbett muss aus einem einzigen Stück Gussmetall bestehen. Ist hier ebenfalls gegeben. Check. Außerdem kann ich hier Sachen mit einem Radius von 30,6 cm einspannen. Das macht eine Spitzenhöhe, also von der Unterkante von der Maschine bis zur Spitze von 15,3 cm. All diese Punkte treffen auf die neue Maschine zu. Die Holstar DB900 habe ich am 4.04.2022 von einem Ebay-Händler für 674,90 Euro inklusive Lieferung gekauft. Als kleines Extra habe ich mir von einem anderen Ebay-Händler ein 4-Backen-Spann-Futter für diese Maschine für 79 Euro bestellt. Links zu den beiden Produkten findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt aber starten, das Ganze auszupacken und natürlich zu testen, worauf ich mich schon sehr freue, hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe für dieses Video von keinem Hersteller oder irgendeinem Händler Geld bekommen. Das Produkt habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft, beziehungsweise eher die beiden Produkte. Die Entscheidung zum Kauf habe ich selber getroffen, eben als Erweiterung für meine Werkstatt, ohne Beeinflussung von irgendeinem Hersteller oder Händler. Wenn sich negative Punkte ergeben sollten, werde ich die natürlich unverschönt aufzählen. Daher ist dieses Video eher als neutraler Produkttest zu verstehen und nicht als Werbung. Alles klar? Dann packen wir das gute Stück mal aus. Und hier dann mal der gesamte Lieferumfang. Wir haben die Maschine an sich. Die ist vormontiert, schon auf dem Maschinenbett, aber die ist schwer. Die ist sehr schwer. Auf dem Karton stand 80 Kilo. Das ganze Gewicht, das meiste davon, das ist natürlich nur die Maschine. Also für mich alleine viel zu schwer, um das ganze Ding zusammenzubauen. Ich werde mir dafür morgen mal ein bisschen Hilfe holen von meinem Bruder. Auf jeden Fall haben wir hier mal das gesamte Zubehör. Wir haben einen kleinen Anbautisch. Der kommt hier vorne seitlich dran. Dann haben wir das Untergestell von der Maschine. Das sind die Teile hier, die da und diese zwei Metallteile. Dann haben wir ein Tütchen Schrauben, ein Tütchen Imbusse. Dann haben wir eine Körnerspitze, eine mitlaufende. Und die Gegenaufnahme, also dieses Teil hier, kommt hier hinein. Und die mitlaufende Körnerspitze, die kommt hier in den Reitstock hinein. Dann haben wir ein bisschen Werkzeug. Eine Aufnahmeplatte. Aber eine Sache muss ich jetzt heute unbedingt noch prüfen. Und zwar, ob das Vierbacken Spannfutter hier in die Aufnahme passt. Ja, hervorragend. Es passt. Das Ganze macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Und ist ein himmelweiter Unterschied zu der Parkzeitmaschine. Ich bin schon richtig gespannt, wie das Ding hier in Aktion ist. Ich bin schon richtig gespannt, wie das Ding hier in Aktion ist. Da hier aber keine Gummidämpfer oder irgendwas anderes dabei ist, um den Fußboden zu schützen, habe ich da einfach mal zwei Bretter gesehen. Und darauf klebe ich dann einfach an die Rutschpads auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ok zwei liter spiritus später habe ich jetzt die gesamte maschine entfettet sie sieht sehr schön aus wie ich finde hier bei der werkzeugauflage den arm erstmal entfernt das ist dieses teil hier das ist sehr interessante damit kann man nämlich die werkzeugauflage etwas besser dem werkstück anpassen oder ich kann genauso gut wenn ich die maschine jetzt einmal rum gedreht habe dann zum beispiel im teller von hier aus einfach drechseln also sehr interessant aber brauche ich jetzt momentan nicht also kommt der arm wieder weg im übrigen waren ja noch zwei hebel im lieferumfang mit dabei die extra eingepackt waren ein hebel kommt hier her und der andere hebel wird hier ran montiert und zwar kann man ja die maschine rumdrehen dazu löst man hier einmal die spannung zieht hier diesen zipfel raus kann kann dann die maschine drehen und wenn ich jetzt die maschine zurückdrehen seht ihr schnappt dieser zipfel da einmal wieder rein da weiß ich ich habe die position gefunden und mit diesem hebel spann ich dann die komplette maschine einmal fest und dann wackelt hier auch nichts mehr die gesamte maschine macht auf mich einen hervorragenden eindruck alle teile sind sehr gut verarbeitet wir haben keine scharfen kanten oder irgendwelche komischen gießränder oder so alles ist sehr schön plan gefräst und hier ist auch alles schön entgratet sämtliches material sogar die hebel bestehen aus metall nicht aus kunststoff außer am reitstock dieses rad hier das besteht aus kunststoff wir haben jeweils beim reitstock und hier vorne beim motor einen mk2 morsekonus da können wir den stirnmitnehmer so heißt das ding nämlich habe ich gerade mal geguckt und die mitlaufende körnerspitze ansetzen das mache ich dann gerade mal das ding kommt da rein und das teil kommt da rein mit dem lieferumfang enthalten ist dann hier dieser stift und den gabelschlüssel das ist ja klar den können wir hier einfach ansetzen um dann die spindel festzuhalten wenn wir hier irgendetwas aufdrehen wollen der stiel ist dazu da um den konus hier wieder rauszukriegen dafür stecken wir ihn einmal durch die maschine und drücken das ding einfach raus beim reitstock funktioniert das ganze genauso werkzeug ansetzen einmal drücken und wir können den morsekonus hier einfach herausholen das wollen wir aber nicht weil ich will ja jetzt die maschine ausprobieren an der front von der maschine haben wir dann hier ein typenschild noch mal drauf hier steht auch noch mal das gewicht von 80 kilogramm also wirklich sehr schön massiv gemacht hier oben haben wir ein drehzahl anzeige hier können wir gar nichts verstellen das ist einfach nur eine anzeige wie schnell sich der motor eben dreht der drehzahlgeber sitzt hier unten also wenn mal irgendwas sein sollte oder das ding nicht mehr funktioniert dann wissen wir schon mal wo wir ran müssen dann haben wir hier vorne auch noch den ein ausschalter drauf das ist immer sehr wichtig denn wenn hier irgendetwas ist dann kurz draufhauen und die maschine ist aus so wie bei allen anderen maschinen steht der ausschalter natürlich ein ganz kleines bisschen hervor und dann haben wir hier noch die drehzahlregelung die funktioniert mechanisch also nicht elektronisch wir müssen den hebel einfach nur nach vorne ziehen dann die gewünschte drehzahl einstellen dann wieder einrasten und per mechanik wird dann eben der riemen anders gespannt wie schnell sich die maschine dreht können wir ja dann hier oben einfach ablesen da ich jetzt aber gerade die maschine bewegt und verstellt habe ist es erstmal wichtig zu überprüfen beide spitzen auch wirklich gegeneinander stehen dazu fahre ich den reitstock hier mal hin und spanne ihn fest sehe dass er ein ganz kleines bisschen zu hoch steht zu hoch ist jetzt sehr merkwürdig das ist jetzt hier so wenn ich dann hier den reitstock ein bisschen rein drehe und dann noch ein bisschen weiter rein drehe dann löst sich der konus auf jeden fall setze ich im komplett eingefahrenen zustand den konus ein dann rattert er und dadurch hat jetzt gerade eben die spitze überhaupt nicht gestimmt und jetzt wenn ich ihn erst ein bisschen raus fahre und dann den konus einmal rein werfen dann sitzt der bombig muss man auch erst mal wissen jetzt fahre ich ihn noch ein ganz kleines bisschen raus ach so habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen bis auf sechs zentimeter raus fahren und dann nehme ich mir hier einfach mal ein holz das schon rund ist und werde hier einfach mal ein bisschen drauf los drechseln bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe mal alles hier nochmal sauber gemacht. Ich muss dringend an meiner Absaugung arbeiten. Hier sieht es immer aus wie sauer, wenn ich mit dem Drechseln fertig bin. Insgesamt habe ich jetzt vier Tage lang mit der Maschine gearbeitet. Ich habe meine beiden Vasen fertig gemacht, was mich richtig freut. Dabei habe ich aber festgestellt, dass mir noch einiges am Werkzeug fehlt, um Sachneben auszuhöhlen. Da muss ich wohl nochmal einkaufen gehen. Mit der Maschine habe ich bisher eckiges Holz rund gefräst, habe meine beiden wuchtigen Vasen fertig gemacht und über 30 Knöpfe hergestellt für meine neuen Schubladen. Und jetzt wird es mal Zeit, die Maschine zu bewerten. Dazu habe ich mir mal ein paar Notizen angefertigt. Erstens. Die Maschine ist... geil. Nee, jetzt mal im Ernst. Der erste positive Punkt ist die Verarbeitung von der Maschine. Alle Teile bestehen aus massivem Metall, sind sehr gut verarbeitet, sehr schön abgerundet. Es gibt nirgendwo an der Maschine irgendwelche scharfen Kanten. Sogar diese kleinen Hebel hier bestehen aus Metall bzw. aus Aluminiumguss. Lediglich ein einziges Teil besteht aus Kunststoff. Und zwar hier hinten das Rad am Reitstock. Der zweite positive Punkt ist die Leistung von dem Motor. Der Motor hat 550 Watt, genau wie die kleine Parkside-Drechselmaschine. Aber die Drehzahl ist wesentlich schneller aufgebaut und ich habe wesentlich mehr Power zur Verfügung. Wenn ich zum Beispiel die große wuchtige Vase einspanne, dann ist die Drehzahl, ja, wie gesagt, super schnell aufgebaut. Ich kann also gleich anfangen zu arbeiten. Und wenn ich das Werkzeug mal mit ein bisschen mehr Druck ins Material schiebe, sinkt die Drehzahl kaum ein. Und der nächste Punkt ist, die Maschine ist vibrationsarm. Obwohl ich die Maschine nicht am Boden angedübelt habe und sie hier nur auf den OSB-Brettern mit Anti-Rutschpads drunter steht, haut die Maschine selbst bei größerer Umbucht nicht ab. Das liegt einfach an der Bauerart an der Maschine und natürlich am Gewicht. Und der letzte Punkt ist die Präzision von der Maschine. Sie hat einen sehr schönen, spielfreien Rundlauf. Das Umschalten von den Gängen funktioniert perfekt und sauber. Hört man? Das Rattern gerade eben kommt nur von dem Plastikstopfen hier seitlich. Der sitzt ein bisschen lose. Und dann kommen wir mal zu den negativen Punkten. Es gibt zwar nicht wirklich viele, aber ein paar habe ich hier wirklich gefunden. Sie sind allerdings nur sehr klein, aber ich will sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Punkt Nummer 1 wäre die Sicherheit. Wenn ich mit dem 4-Backen-Spannfutter arbeite und habe die Backen komplett ausgefahren und will die Drehzahl regulieren, habe dabei vielleicht noch einen Handschuh an, dann bin ich hier einfach viel zu nah an dem Futter dran. Die scharfkantigen Backen hier außen, die rotieren natürlich und die erzeugen da eine potenzielle Gefahr, mir den Handschuh einzusaugen oder mich zu verletzen. Und da wäre die Position von dem Hebel auf der anderen Seite vielleicht besser gewesen und der Schalter auf dieser Seite. Im Allgemeinen sollte man aber trotzdem vorsichtig sein, wenn man in der Nähe von diesem Spannfutter hier arbeitet. Denn wenn ich zu nah an dem Spannfutter dran bin, dann kann es natürlich auch sein, dass mein Werkzeug hier dazwischen sich verkeilt und das Spannfutter dann einfach das Werkzeug mitnimmt. Der zweite negative Punkt, der Stab ist zu weich. Nicht für das Austreiben von den MK2 Morsekonussen, sondern beim Drehen von der Planscheibe. Und zwar ist mir bei einer Vase, also bei einer Vase hat der Rezess funktioniert, bei der anderen Vase nicht, da ist mir die Vase dann permanent hier von dem Spannfutter abgehauen. Ich weiß nicht, was da ganz genau schiefgelaufen ist, vielleicht habe ich auch die Fräsung hier nicht so ganz getroffen. Auf jeden Fall habe ich dann kurzerhand die Planscheibe hier drauf genagelt, äh, geschraubt. Und beim Abmachen von der Vase, da kann man nämlich auch diesen gleichen Stab benutzen und ihn hier seitlich einfach in die Bohrung reinstecken und dann eben mit dem Schlüssel gegenhalten und die Scheibe eben abmachen. Und direkt bei dem ersten Mal abmachen ist mir der Stab verbogen. Und da wäre es jetzt wünschenswert, wenn der Stab einfach aus einem anderen Material wäre, der sich dann eben nicht so schnell verbiegt. Der dritte negative Punkt, das ist die Mutter unterhalb von der Werkzeugauflage. Und zwar folgendes Szenario. Ich bin jetzt gerade bei der Vase mit Schleifpapier zugange, um eben das Finish hier hinzukriegen. Die Werkzeugauflage brauche ich gerade nicht, also schiebe ich sie beiseite. Jetzt tausche ich das Material aus und will weiter drechseln, schiebe mir meine Werkzeugauflage wieder hierher und will sie festspannen und merke, es geht nicht. Durch die feinen Vibrationen, also wirklich nur sehr feine Vibrationen, die sind kaum spürbar, die reichen schon aus, um die Mutter unterhalb von der Werkzeugauflage zu lösen. Wenn ich sie jetzt mit der Hand einfach wieder anziehe, dann kann ich die Werkzeugauflage wieder anziehen. Auf Dauer ist das ständige Greifen unter die Maschine aber echt ein bisschen Käse und da werde ich dann diese normale Mutter einfach zu einer Sicherungsmutter austauschen. Und das sollte dann das Problem dann auch auf Dauer lösen. Der vorletzte negative Punkt, das ist die Werkzeugauflage an sich. Und zwar hatte ich am Anfang das Problem gehabt, als jetzt hier noch überall Lack drauf war, dass mir das Werkzeug selbst immer in dem weichen Lack stecken geblieben ist. Wenn ich also das Werkzeug über das Werkstück an sich bewegen will, dann ging das am Anfang gar nicht, weil der ganze Lack hier ständig das Werkzeug blockiert hat. Hier bei dem blanken Metall, könnt ihr halt sehen, kann ich das Werkzeug gut bewegen und hier, wo noch Lack vorhanden ist, da bleibt das Werkzeug dann direkt hängen. Und das ist einfach etwas unpraktisch. Letzten Endes ist ja auch nicht wirklich ein Problem, denn ihr seht es ja auch schon, den Lack muss man einfach nur wegkratzen und dann funktioniert es auch. Und hier wäre vielleicht eine andere Oberfläche von Haus aus einfach wünschenswert. Und dann kommen wir mal zu dem letzten negativen Punkt. Der Motor ist belüftet, nur dann, wenn er läuft, durch einen Propeller, äh, ich nenne es einfach mal Propeller, hier seitlich am Motor. Läuft der Motor, wird die Luft in diese Richtung von dem Motor geschoben, kann aber hier nirgendwo weiter, also staut sich an dieser Stelle. Und das richtig Negative an diesem Punkt ist, der Feinstaub, der hier erzeugt wird, wird durch den Motor angesaugt und direkt in das Case hier hineingeblasen. Und hier sitzt ja die Übersetzungsmechanik drin. Und da interessiert es mich jetzt mal, was nach vier Tagen Arbeit hier drin gelandet ist. Und da machen wir jetzt mal kurz das Case auf. Ich habe jetzt gedacht, es ist schlimmer, was hier drin gelandet ist. Aber es ist echt nur minimal. Hier am Motor hängt ein bisschen was. Und, äh, ja, der Riemen ist soweit in Ordnung. Hier seitlich. An dem Verstellrad hängt ein bisschen was. Also das ist aber wirklich nur dieser super, super feine Staub. Also von daher ist alles im grünen Bereich. Der Motor selbst, der wird nach, ähm, ja, ungefähr anderthalb Stunden, wenn man damit gearbeitet hat, wirklich brutal heiß, dass man ihn kaum anfassen kann. Und um die Lebenszeit von dem Motor einfach etwas zu verlängern und um natürlich auch meine Arbeitszeit etwas zu verlängern, da werde ich dann in Zukunft noch eine bessere Kühlung dem Motor hier spendieren. Mein Abschlussfazit für die Maschine. Der Kauf hat sich für mich wirklich gelohnt. Ich bin sehr happy über diese Maschine und es macht einfach einen irren Spaß, damit zu arbeiten. Jetzt würde mich eure Meinung noch sehr interessieren. Habt ihr euch schon eine Maschine ausgesucht? Oder habt ihr erst vor, euch eine Drechselmaschine zu kaufen? Auf was für Punkte achtet ihr da eigentlich ganz genau? Länge oder Spitzenhöhe von der Maschine? Oder auf andere Eigenschaften? Schreibt es gerne hier unten in die Kommentare. Wenn euch dieser kleine Test gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen vom heutigen Video. Wenn ihr mögt, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, haut rein und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Musik Gespertenheter Musik Such Musik 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 Bis zum nächsten Mal.